immer wenn etwas altes zu ende geht öffnet sich ein zeittor jedes mal wenn die letzten tage eines jahres anbrechen beginnt eine ganz besondere zeit sie lädt dich ein vollkommen ruhig zu werden alles scheint still zu stehen und du kannst einsinken in die unendlichkeit es ist eine zeit voller legenden märchen und mythen und man sagt dass die schleier zu anderswelt in diesen tagen besonders dünn sind in den raunichten so heißt es weben wir unser schicksal wir können in diesen zwölf tagen die zwölf monate des neuen jahres beeinflussen denn jede raue nacht entspricht einem monat des neuen jahres nimm dir zeit für dich und dein leben löse dich von der vergangenheit und erkenne wer du wirklich bist komme zur ruhe und lerne wieder deiner inneren stimme zu folgen sei mit dabei und nutze auch du die magie der raunichte dafür deine herzenswünsche auszusenden in 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 in